Selbstfahrender Pflanzenschutz. Damit ist die Firma Agrifac bekannt geworden. Sie selbst bezeichnen sich als stabil, ausgewogen und nachhaltig. Und wie das in der Praxis aussieht, genau das gucken wir uns jetzt an. Auf selbstfahrende Pflanzenschutzspritzen hat sich die Firma Agrifac spezialisiert. Und bei mir steht Gebietsverkaufsleiter Martin Merkelbach. Hallo erstmal. Hi. Herr Merkelbach, warum gibt es Agrifac überhaupt? Wir wollen Landwirten und der Bevölkerung dabei helfen, die wachsende Weltbevölkerung mit gesunden Lebensmitteln nachhaltig zu versorgen. Und deshalb müssen Landwirte mehr Ertrag erzielen. Und deswegen wollen wir ihnen dabei helfen, auf der knapper werdenden Ressource Land mehr Ertrag zu erzielen. Das ist wichtiger denn je, denn im Rahmen des Green Deal hat die Europäische Kommission die Farm-to-Fork-Strategie beschlossen. Das bedeutet, Landwirte sollen bis 2030 50% Pflanzenschutzmittel reduzieren und 20% Düngemittel. Wir von Agrifac sind davon überzeugt, dass Kunden mit unseren Maschinen diese Ziele erreichen werden und dabei höhere Erträge erzielen können. Und wie erreichen Sie diese Ziele bei Agrifac? Wir bei Agrifac haben uns ganz den Pflanzenschutz verschrieben. Mit unseren 200 Kollegen produzieren wir im Norden Hollands in Steenweig unsere selbstfahrenden Pflanzenschutzspritzen. Diese liefern wir in 35 Länder der Welt aus und wir bauen aktuell etwa sieben Maschinen die Woche. Unsere Fabrik gehört zu den nachhaltigsten in den Niederlanden und zu den nachhaltigsten auf der Welt. Aufgrund der hohen Anforderungen in Europa haben wir ein eigenes Team von Spraying Application Specialists. Diese unterstützen Landwirte dabei, ihre Betriebe, ihren Pflanzenschutz noch nachhaltiger auszurichten. Und welche Technologien liefern Sie bei Agrifac? Unsere Maschinen sind mit den neuesten Technologien ausgestattet, dabei aber immer nach dem Motto Brilliant Simple. Das bedeutet, jeder Landwirt, jeder Fahrer ist imstande, unsere Maschinen sehr schnell einzusetzen, selbstständig einzusetzen. Und alle reden hier auf den DLG-Feldtagen von Spot Spraying, Kamerasystem, Pulsweidemulation. Aber alles fängt bei der optimalen Gestänkeführung, wie wir auf dem DLG-Testrack gesehen haben, an und der optimalen Bedeckung, sprich tröpfigen großen Verteilung. Deswegen sind unsere Maschinen nach drei Grundsätzen aufgebaut. Maximale Stabilität, optimale Bedeckung und Pflanzenschutz auf Pflanzenlevel. Und jetzt ganz aktuell, alle Spritzenlasten sich mit dem Investitionsprogramm der Rentenbank fördern. Und Sie können sich ganz einfach informieren und zwar am Stand GD12 bei der Firma Agrifac.